Jo Leute und willkommen zu unserem SurvivalCraft Survival Game und das ist jetzt dann die neunte Folge denke ich. Wir sind jetzt nicht vom Startbildschirm, weil wir gerade ein bisschen diskutiert haben bzw. geredet wegen den neuen Welten, die ihr gerade auch gesehen habt. Die habe ich auch schon runtergeladen und die werden wir auch noch machen. Nun gibt es weiter bei Survival. Ich bin hier gerade dabei so ein Angel Ding zu machen und mein Hirnendkollege weiß ich nicht. Ich brauche Glas, stelle ich gerade wieder fest. Nun ist es dunkel. Oder? Nee. Wird wieder hell? Oh Gott. Hast du schon Glas hergelegt? Nö. Braucht Kohle. Pack Holz ab. нö. Steig. rem. um Ich muss jetzt mal schwimmen, 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 schwimmen. Kannst du Pause machen? Sand hast du schon, oder? Ich glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Das sind Sandsteine. Sandsteine? Seid ihr neben der Sandsteine? Wo ist der wieder Sand? Genau. Das hast du nicht gesehen, oder? Ich sehe dich. 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 Oder? Also bei dem würde ich auch weinen. Wenn sie mich hochhebt. Aber ich habe ständig rassistische Witz über den gesagt. Ständig ist er so mit hergegangen. So, hey, weißt du was du denn da machst? So ständig hat er irgendwas gesagt. Die ganzen anderen Kisten sind noch unten, oder? Ja. Ich dachte, dass du schon alles nach oben gehört hast. Man sieht den Sandstein. Was brauchst du aus Sandstein ab? Keine Ahnung. Das ist noch von mir, oder die Stücke? Ich glaube schon, ja. Das ist gut möglich. Ich hätte wissen können, dass ich nicht Sandstein abgebaut habe. Das war ja nur so ein Spitzergrab, oder? Weiß ich nicht. Das geht aber nicht. Ich geh jetzt hier mal ein bisschen wieder Bäume pflanzen. Ich brauch Schuhe. Du brauchst auch was zu essen. Was ich mir wünscht. Ja, das ist mir schon klar, dass du es wünscht ist. Das ist mir schon klar. Ich krieg auch langsam hin. Ich krieg auch langsam hin. Ich hab ein Ei. Nein. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch mal mit. Ich hab' einen Bock aufgelöst. Nach jedem oder so sind die noch da? Also da nicht, das ist ne Spitzacken. Oder irgendein Speer oder so. Da nix. Eine Bodenkiste, glaube ich. Und dann noch ein Speer. Was ist das denn so? Ich weiß nicht, ne Blume. Oder kaputtes Ei. Was? Wirklich? Ja, wirklich. So, es bleibt in der Kiste. Ja, genauso wie verrottet es gleich. Und was da geil war's noch alles. Ach, schuld, stirbt nie. It's raining. Gn, 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 gn. Ja, ich probiere mal los, das weiß ich nicht. Ach, oder zwei Staubi, da muss ich aufwenden. und ich Ei auf gut Glück. Vielleicht kriege ich einen Vogel. Da kann man aber meistens essen. Ja, ich wollte dich abwerfen. Ich hab nur gesagt, ich wollte. Ich hab nicht gesagt, dass ich es geschafft hab. Ja. Federn haben wir, gell? Hm? Federn haben wir, oder? Schon genau. Nö. Und ja. Hast du wie viele? Vier. Vier. Dann sollten eventuell fünf Fallen reichen. Kannst du wissen, oder? Ja. 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 Nö. Das ist Nöcke. Ja. Ja. Time to eat something. Ja. Ich weiß. Das dauert nur. Mal gucken ob ich da noch 3 Stück ernten kann oder keine 3 Stück oder schon 3 Stück. Passt. Wo schmeiß man die 4 Holzbretter zu mir hin? Ich brauche Holz zum Brinnen. Ich nehme alles Holz was es gibt zum Brinnen. Ich versuche es aus. So. Eine Kiste ist ja bzw. nur eine Werkbank wieder verwendet. Ah, hören wir es gerade. Ich glaube es tut gut aus was zu essen. Es haut zu Spaß. Es wird schon wieder fertig sein. Es wird noch nicht mehr... Es geht besser. Ach, ist das schon wieder ein Weg? Na, guck mal zwei Fischgegören von dir. Okay. Und dafür schlägst du ihn. Nee. Das ist der Grund. Ich wollte eigentlich in die Kiste, aber okay. Oh, Alter. So, ich habe mich runtergeschmissen. Warte, warte, warte. Wieso habe ich den Flock da noch entfernt? Okay. Na toll, darf ich wieder schwimmen? Ich will nicht schwimmen. Was hast du denn gebaut? Wo denn, hier? Nicht da. Ja, ich habe die zweite Ding gebraucht. So. Kommst du hoch? Ja, komm schon. Komm von unten her. Oh, das ist dicht. Jetzt können wir noch mal befreundet. Running barefoot to sleigh. Jawoll! Nicht eine Reihe da her! Ich warte es mal! Warte! Sag mal Quid! Ich gebe dir auch gleich Quid! Ich benähe mich nur noch vom Fisch, deswegen kotze ich! Ah, ok! So, jetzt kotze ich auch! Jetzt habe ich hier ein Stück! Ganz knapp! So! Stone Chunks haben wir nicht mehr, oder? Aus Glas! Toll, da bin ich nicht! Jetzt auch! Oh! 40! Das ist doch alles, oder? Es ist dunkel! 7 hier! Passt! Passt! Du musst fragen, oder? Ich hoffe! Geh mal da mal schlafen! Geh mal da mal schlafen! Leg dich in deine Kotze! Leg dich in deine Kotze! Leg dich in deine Kotze! Du hast schon recht! Erst mit dich angekotzt und dann... Ich geh schlafen! Juuup! Dann kannst du dabei... Jagen gehen! Ich hab jetzt einen Bogen und hab... Insgesamt, keine Ahnung... 12 Pfeile, glaub ich! Nein, ich will noch den Baum wegmachen! Stört mich, wird scheiße! Dann mach ich ihn ja nicht draußen! Dann die Büsche da oben noch in der Luft fliegen! Ich mach das in meinen Griff immer ganz weg, weil ich mich stört! Ich geh da so meine Umgebung rum und dann kommt so ein halbfertiger Baum mit ein bisschen da oben noch zu verhängen! Ah, das sieht halt schon scheiße aus! Deswegen mach ich ihn ganz nackig schon weg! Dann geh in Minecraft, wenn man halt alle Holzen und Dinger wegmacht, dann ploppen die... Mordenkotzen, sind wir am Stein! So steht man gerne auf! Du riechst ausgereiert, ja? Ungeher! Du kannst währenddessen dann Jörgen gehen! Ja, ich hab Dings, ähm... In Minecraft machen immer das Ding weg! Komplett und dann ploppen die Dingse weg! Mhm! Aber für manchen, manchmal ist das so ein Bug, da bleiben die manchmal in der Luft so lange hängen, irgendwie... ...manchmal geht die gar nicht weg! Mhm! Für den Erstes! Einspannen weißt, wie es geht, oder? Mhm! Einfach einen Pfeil rüberziehen! Kannst auch einen Bogen gehalten haben! Nicht einen Bogen! Auf jeden Fall versucht keine Wölfe oder so zu ergen! Ja! Jetzt siehst du einen Kürzern, glaub mir! Loll, da sind schon erwachsen! No! Ich hab einen richtigen Block ausgesucht, ja... ...und ich sehe gar nichts! Ich bin blind! Was? Hm... 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 Ich muss mir hier mal den Fucke klauen! In dir vorne! Machen sie schwa... Ficken! No! Jaja, du musst das währenddessen machen! Es geht das gar nicht! Wird passiert dann nichts! es ich bin schütteln Er hat seine Luftfliegen erwischt. Really? Was? Nichts passiert? Ernsthaft? Ja gut. Was ist jetzt? Dicker! Da ist doch nichts drin, oder? Das sehen wir gleich. Ich kriege hier einfach mal Schaden, ob da nichts ist. Obwohl da nichts ist. Ernsthaft? Passt. Da gleich passt. Was? Was? Jawoll, gut machst das. Passt. So, jetzt kommt der schönere Teil. Wow, da ist er. So, entweder sauf ich gerade ab oder irgendwas. Warum sind da so viele Heile, man? Really? Hättest du gern. So viel mehr weg. Gib dir. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich hab dir nichts getan. No, geh weg. Geh weg. Ich hasse die Viecher. Aber zum Fressen sind sie gut. Ich glaub das Glas reicht nicht aus. Nein, es sind zu viele. Zu viele war's. Greif ich nicht an. In einer Herde. Ach so. Ich muss schon wieder auftauchen. Wolltest du... Was heißt Wettnest? Ob du nass bist oder nicht? Wettnest heißt nass. Ja. Wenn du jetzt ins Wasser rein springst, dann wirst du sehen, dass du da nass wirst. So, jetzt kommt der schönere Teil. Ich hab ein bisschen falsch gebaut. Du willst jetzt keine Wölfe oder so jagen, oder? Zu viele hier. Zu viele Zeugen. Du willst Wölfe jagen? Nein, zu viele Zeugen. Was für Zeugen? Das sind zu viele. Ach. Wenn du keine Wölfe jagen willst, dann... Und schon ist das überall welche. Da kann man nichts machen. Ja, wenn... Ein Wolf wird auch ein bisschen schwierig zu jagen. Der will ja nicht jagen. Ja, was willst du dann jagen? Ich hab kein Glas mehr. Ich muss mal kurz rechnen. Eins. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, drei... Ich brauch 16 Stück noch. Kriegst du das irgendwie hin? Nö. Oh. Au. Oh, ich weiß den Scheiß. Oh, ich hate it. Wo ist noch unter dem Grab etwas? Hm? Ist das weiter unten, oder? Was denn? Wenn da... wenn da ein Grab ist, was ist da was? Das ist eigentlich dann drunter, wenn da was sein sollte. Oh, das ist nicht so schade. Ja, es ist... ab und zu bloß was drunter. Waaaah! Oh, ich muss nur ganz sagen. Oh, ich muss nur ganz sagen... Oh! Oh! Und wieder aufkommen. Oh! 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 Anstrengend. Hm? Wo wolltest du den Vogel mit Eiern treffen? Den Glaser hast du mich gerade, oder? Was denn? Der macht für mich die ganze Arbeit. Oh, komm Schade. Ach komm. Leg mich doch an. Ja. Hast du das Vogel getroffen, oder? Der muss erst laden. Ja. Ich glaube, das nächste Mal hole ich einen baurigen Brot und dann geht's hin. Dann brauche ich dann meine Ente. Hm? 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 auf den Klus bevor die Werwölfe kommen sowieso mal ne wo wir zwei Werwölfe in der Wohnung hatten das ist bei mir ne gar nicht das ist ein selber Kummer LOL wollten mitzfeiern da oben ist ein Tiger er hat den Neufel gesucht oder das oder ein Löwe irgendwas das ist ein Leopard dann habe ich es vorher gesucht jetzt habe ich schon gedacht der macht mir den ganzen Vögel daumen und ich sammle das halt ein wo ist denn der jetzt und auf einmal bin ich wo LOL jetzt warte, gib mir mal irgendwas zum Fressen gut Sand haben wir jetzt keinen sogar mir ist nicht mehr schlecht dann reißen wir mal hier ein bisschen auf die Wände ein sorry nein alter Tiger what are you doing du Wichse noch selber ja ja ich komm schon runter perfekt so krüppel wo ist krüppel der glickrüppel ach scheiß drauf ha geschafft lol wo sind es mit diesen Stein oben hm was denn weiß ich nicht ich hab ihn krüppel ja ich muss das mal wieder hoch hoffen muss man dass es alle leiden sind hoff ich auch er dürften schon sein ein bisschen mehr und den ganzen Schmarrn auch noch weg machen muss ganze Wasser zeichsel ok 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 ab ab im ab du bist du Null. 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 Nen Rest von Stecken und so hast du da? Hm. Als Holzsäge. Null. Vielleicht wird das dann mal schon langsam kommen, weil das Zeug wird ganz ziemlich schnell. Da hätten wir 40 Blöcke Sand. Stein. Sand. Sand. Hier. Sand. War das mit in deiner Kiste? Du sagst nichts. Ich dachte du hättest das Zeug schon gesehen oder so. Na. Schau in deine Kiste. Komm ein bisschen schneller runter. Wenn ich sieg, schmeiß gleich mal Holz her. Schau in die Kiste rein. Schau in die Kiste rein. Wisch was. Jetzt halt. Jetzt ist es gleich wieder weiterbrannt. Boah, es brennt nicht. Okay. Hm, warte. Das dauert jetzt. Das halt jetzt wenigstens ewig. Oh Gottchen. Ist ja auch schon so. Achso. Hm? Da ist das kleine Zeichen da hinten voll. Ich hab schon an, dass du jetzt Holzblock kaputt oder so. oder, keineückschleiteten. Wir haben hier eine oder... Ich will nicht mehr. Eine Sekunde. Ne, das war gerade nicht wie eine. Na ja, ab da wenden wir da mal. Danach brauchst nichts mehr reinschmeißen. Den Rest an Sand nehm ich dann so mit. Passt. 19 Stück. Da kann ich mir sogar noch was verbauen. So, gehen wir wieder schlafen. Also das war jetzt auch schon wieder mit unserer Folge. Und dann sehen wir uns am nächsten. Ich hoffe euch hat es dabei gefallen. Ich bin wieder einmal krepiert. So weit runter gefallen. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen dazu habt, unten in die Kommentare ist genug. Platz für euch. Ansonsten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, dann könnt ihr die Glocke aktivieren. Und, Kollege, hat ihr glaube ich nichts mehr zu sagen? Oder hat er noch was? Nein. Also Servus. Also dann Servus.